Hallo bei Zukunft Erde. Ja, zur Zukunft unserer Mobilität. Da gehört natürlich das Fliegen dazu. Am Boden haben wir ja schon das Thema Elektroautos auch hier auf unserem Kanal ausführlich vorgestellt. Jetzt ist natürlich immer noch die Diskussion, ja wie sieht es denn in der Luft aus? Lufttaxis sollen auch elektrisch betrieben werden und vielleicht auch mal Passagierflugzeuge. Da wird es aber noch lange dauern. Ja, diese Entwicklung des elektrischen Fliegens zeigt uns der Willi Tacke. Er kennt sich aus, er ist ein Luftfahrtexperte und kennt genau die Entwicklungen, die gerade so laufen und hat ein paar lustige Entwicklungen drin. So ein bisschen Lilienthal, die ersten Hupfer, elektrisch bis hin heute natürlich schon zu fliegenden, autonomen Lufttaxis. Das wird spannend. Ja, hallo. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr, bin ich geflogen, fliegen, war immer mein Traum. Ich bin angefangen zunächst mit dem kleinsten Drachenfliegen, dann weiter über Motorfliegen zu anderen Bereichen der Luftfahrt, alles Mögliche ausprobieren. Und irgendwann hat mich dann mal ein chinesischer Freund eingeladen zu dem Erstflug seines elektrischen Flugzeugs. Das war in der Nähe von Shanghai. Eigentlich durfte man noch gar nicht fliegen, aber sie hatten eine lokale Genehmigung. Und dann bin ich in so, das war so ein ganz kleiner, hoher, tuchbespannter Flieger. Mit dem bin ich dann geflogen auf einer gerade neu gebauten Straße in einem Neubaugebiet, was zum Glück noch nicht da war und die Bäume waren auch noch nicht da. Und das war so faszinierend. Sobald man in der Luft, und man hat so einen kleinen Schieberegler, den hat man nach vorne geschoben, das Ding ist gestartet, oben in der Luft etwas zurückgezogen, man hat fast nichts mehr gehört und konnte dann, eine halbe Stunde ist das Ding damals geflogen, damit fliegen. Und das hat mich so fasziniert. Das war so ein bisschen die Verbindung aus dem einerseits, ich kann fliegen wann und wo und wie ich will, und andererseits das lautlose Fliegen, was ich vom Drachenfliegen kannte, wo man aber immer auf Berge, Thermik und so weiter angewiesen war. Sodass ich dann, wo ich zurückgekommen bin, habe ich die Messe Friedrichshafen angesprochen. In Friedrichshafen gibt es eine Messe, die findet einmal im Jahr im April statt, Aero. Das ist die größte Messe für die kleine Luftfahrt weltweit. Da werden also die ganzen neuen Flugzeuge und so weiter vorgestellt, Technik dazu. Und dann habe ich so lange auf die eingeredet, bis die zugestimmt haben, ja, wir machen jetzt eine Sonderausstellung, E-Flight Expo, im Rahmen dieser Aero. Am Anfang war es wirklich winzig klein, da hatten wir drei, vier Drachen mit Elektromotor. Über die Jahre ist es dann gewachsen. Zunächst war die Messe auch von Jahr zu Jahr immer wieder neu zu überreden, das weiterzumachen. Dann haben wir aber auf einmal gemerkt, da kamen dann der Prinz von Monaco, der Enkel von Lindbergh, der Eric Lindbergh, der selber Elektro, mit Elektrofliegern dann geflogen ist. Und es kamen dann in dem Rahmen dann auch auf einmal Politiker, die sich sonst nie für diese Luftfahrtmesse interessiert haben, weil die eigentlich zu klein war für die großen Interesse der großen Politik. Sodass wir dann über die Jahre Staatssekretäre dort hatten, die sich vorher nie dahin verlaufen haben, nach Friedrichshafen, bis hin zur EU-Kommissarin, die vor einigen Jahren da war und die ganz begeistert war. Ich habe die Chance gehabt, die dann fünf Stunden über die Messe zu führen. Und davon hat sie viereinhalb Stunden Elektroflugzeuge angeschaut. Alles andere hat sie eigentlich nur so am Rande interessiert. Und ungefähr zur selben Zeit, ein Jahr eher, sind dann auch große Konzerne auf einmal angefangen, einzusteigen in einen Bereich, im Allgemeinen Luftfahrt, der sie vorher nicht interessiert hat. Weil bisher ist es so, von den kleinen Flugzeugen, da werden im Jahr 5.000 bis 10.000 Stück gebaut, da lachen große Firmen im Prinzip darüber. Es lohnt sich nicht, dort zu investieren, weil der Markt ist einfach zu klein. Aber wo es dann in den Bereich Elektrofliegerei gegangen ist, da gibt es einige visionäre Leute, zum Beispiel eben bei Siemens, die dort hingegangen sind und dann gesagt haben, nee, das ist etwas, das kann die ganze Mobilität auch in der Luft verändern. Und Siemens hat seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren jetzt eine Abteilung, die nennt sich Siemens E-Aircraft und die entwickeln dort Elektromotoren. Das Ziel ist es, bis 2030 mit hybridelektrischen, bis zu 30-sitzigen, vielleicht sogar 50-sitzigen Flugzeugen Passagiere zu fliegen. Am Anfang haben alle noch gelacht. Mittlerweile ist auch Airbus eingestiegen, die haben ein gemeinsames Projekt, arbeiten an der Entwicklung dieser Triebwerke. Die haben jetzt schon ein Viertel-Megawatt-Luftfahrtmotor ausgestellt, der also genau, was hat er, 250 Kilowatt bei, nee, genau, Kilowatt. Und der nächste Schritt wird dann sein, dass eben die sogenannten Megawatt-Triebwerke haben werden und später sogar zwei Megawatt-Triebwerke. Um jetzt dorthin zu kommen, ist jetzt die Frage, wieso soll das jetzt groß Sinn machen, wenn vorher nur 5000 Flugzeuge verkauft werden oder 10.000 Flugzeuge, wieso soll das auf einmal ein großes Geschäft werden? Das Geschäft könnte in zwei Bereichen sein, wo es dann auch wirklich die Mobilität der Menschen positiv beeinflussen kann. Und das ist eben dort, wo ich dann sage, durch den Elektroantrieb habe ich die Möglichkeit, Flugzeuge ganz anders zu bauen, wesentlich effektiver zu bauen und den Flugzeugen auch zusätzliche Möglichkeiten zu geben. Das kann jetzt senkrecht starten sein, das kann autonomes Fliegen sein, so dass ich dann auf einmal die Luftfahrt in einem viel größeren Rahmen einsetzen kann, als das bisher gewesen ist. Weil bisher war es so, mit kleinen Flugzeugen war es so, wenn man damit fliegen will, muss man sehr viel lernen und es ist relativ komplex und man muss zugeben, es ist auch relativ gefährlich, weil der Pilot relativ viele Fehler machen kann. Wenn man jetzt schaut, bei den kleinen Flugzeugen, man nennt es ja allgemeine Luftfahrt oder General Aviation, ist es halt so, 75% der Unfälle werden von Piloten verursacht. Die beiden Hauptursachen sind einmal Lost of Control, Verlust der Kontrolle über das Flugzeug. Das zweite ist Controlled Flight into Terrain, mag man gar nicht glauben. Das heißt, er fliegt irgendwo hin, weil er meint, er wäre irgendwo anders und fliegt dann irgendwo gegen den Berg, crasht in die Landschaft. Diese beiden Unfallursachen sind welche, die man durch Computerassistenten so reduzieren könnte, dass das Fliegen in dasselbe Sicherheitsniveau kommen kann, wo momentan die große Luftfahrt, die kommerzielle Luftfahrt ist. Und da könnte man dann tatsächlich diese Geräte einsetzen, die dann erstens mit regenerativen Energien betrieben werden und zweitens autonom fliegen, sodass man dann viel mehr Leute darüber transportieren kann und es manchmal dann eben auch mehr Sinn macht, als jetzt gleich irgendwelche großen Straßen wohin zu bauen. Das ist zum Beispiel sehr interessant in dem Zusammenhang, dass eben UNICEF eine Studie gemacht hat, wo sie gesagt haben, um jetzt in Afrika Blutkonserven oder andere Medikamente dringend irgendwo hin zu transportieren, wo ich dann mit dem Auto drei Tage fahre, aber es in der Luft in einer Zeit von einer Stunde erledigen könnte, dass es Sinn macht, so etwas per Luft und am besten per autonom fliegender, automatisch steuernder Drohne zu machen, dass dann die Leute hinbekommen können. Wenn die Drohne dann bemannt ist, sprich kann auch jemand reinladen, kann ich sogar auch den Verletzten, den ich habe, dann wiederum ins Krankenhaus fliegen. Das ist jetzt sehr viel Zukunftsmusik, aber die Technologie, um das zu machen, ist heute schon da. Wenn ich dann elektrisch fliege, kann ich wiederum hingehen und sage, okay, ich gehe jetzt hin und baue eben eine Solarstation auf das Krankenhaus, was ich dort in den Busch gebaut habe, damit wird die Energie generiert und kann dann damit wiederum fliegen und brauche nicht vorher erst noch den Dieseltreibstoff in den Dschungel zu fliegen. Es ist zum Beispiel so, dass verschiedene Projekte momentan weltweit daran arbeiten, eben auch, genau wie es bei den Autos ist, die Energieerzeugung über Brennstoffzelle, Wasserstoff zu machen, das jetzt über Brennstoffzellen in Flugzeugen zu machen, die die Flugzeuge dann über eine gewisse Entfernung bringen, über die sie sonst nur mit Batterie nicht fliegen können. Damit das Ganze aber sinnvoll wird und funktionieren kann, brauche ich jetzt nicht nur den Elektroantrieb, sondern allein der Elektroantrieb ist nur eine Sache. Ich muss den Elektroantrieb machen, ich muss die Flugzeuge vollkommen neu gestalten, um dort dann höhere Effizienz zu erreichen und dann eben den Flugzeugen auch zusätzliche Eigenschaften geben zu können, wie zum Beispiel senkrecht starten. Es gibt zum Beispiel ein Versuchslugzeug, das ist seit drei Jahren, vier Jahren wird das betrieben von der NASA, die X-57, die man da sieht. Da hat man ein konventionelles Flugzeug genommen, hat das genau vermessen, relativ modernes Flugzeug, hat dann die beiden Hauptmotoren abgebaut und hat einen viel kleineren Flügel herangebaut und an die gesamte Flügelkante Motoren gebaut und zusätzlich an die Flügelspitzen auch nochmal zwei Elektromotoren. Das ganze Flugzeug wird rein batterietechnisch betrieben und die Elektroversion fliegt jetzt, wird genau vermessen und die Idee dahinter ist, in dem Moment, wo ich jetzt hingehe, ich mache einen sehr viel kleineren Flügel, habe ich einen geringeren Widerstand. Normalerweise könnte ich mit dem Flugzeug aber dann nicht mehr fliegen, weil der kleine Flügel erfordert, dass das Flugzeug so schnell startet und landet, wird, dass ich damit nicht mehr starten und landen vernünftig kann, zumindest nicht mehr auf kleineren Flugplätzen. Jetzt geht man hin, die Motoren, die an der Anströmkante der Tragfläche sitzen, sorgen dafür, dass der Luftstrom besser anliegt und dadurch kann ich auch mit der kleineren Tragfläche langsamer fliegen. Das führt dazu, dass ich langsam starten und landen kann, oben in der Luft die zusätzlichen Motoren an der Anströmkante der Tragfläche ausschalte und dadurch dann wesentlich effizienter mit fast 60 bis 70 Prozentig, so ist die Berechnung, wir müssen es jetzt noch beweisen, 60 bis 70 Prozent weniger Energie dieselbe Strecke schneller bewältigen kann. Das zeigt, wie eben Elektromobilität in diesem einen Schritt schon einen deutlich Erfolg bringen kann in Richtung weniger Energieverbrauch bei besserer Transportleistung. Wenn ich jetzt dieses noch weiterdenke, dann gehe ich jetzt davon aus, ich habe ein normales Flugzeug, da habe ich vorne die Tragfläche, die erzeugt Auftrieb und hinten ein Leitwerk, das erzeugt Abtrieb, das das Ganze stabilisiert. Idealerweise würde man einfach hingehen und sagen, ich mache einfach nur einen Flügel, der nur Auftrieb macht und fliege mit dem. Das Problem ist, der ist nicht stabil, also kann ich damit nicht fliegen. Ich brauche das Leitwerk. Wenn ich jetzt aber hingehe und montiere die Elektromotoren dort an diesem einen optimalen Flügel so, dass ich ihn dadurch elektrisch und durch die elektrische Motorenleistung stabilisieren kann, das Ganze über einen Computer gesteuert, kann ich ein höchst effizientes Flugzeug bauen, das genauso stabil ist wie die anderen Flugzeuge und weiter fliegen kann mit weniger Energieverbrauch. Das ist jetzt die Technik, die jetzt der elektrische Anschrieb schon den normalen Flugzeugen bietet. Der nächste Schritt wäre dann, wenn ich jetzt da noch hingehe und baue diese Motoren so an, dass ich sie vielleicht noch schwenken kann oder baue zusätzliche Motoren an, die das Flugzeug aus dem Stand hochheben, dann habe ich da den Vorteil, dass ich auf einmal nicht mehr die Flugplätze bauen muss, sondern die Flugzeuge senkrecht starten und landen können. Wo stehen wir jetzt mit dieser Entwicklung? Das hört sich alles sehr stark nach Science Fiction an. Wenn man sich einige der Fluggeräte, die in den letzten zwei Jahren durch die Medien im Rahmen der Urban Air Mobility geflogen sind, meint man auch, dass diese Konzepte eher aus Star Wars oder ähnlichen Filmen stammen, als aus dem, mit dem wir vielleicht in den nächsten paar Jahren fliegen können. Aber ich habe jetzt die Chance gehabt, dadurch, dass ich in dem Bereich gearbeitet habe, in den letzten Jahren Konzepte zu sehen, die auch in die Luft gehen und fliegen, was man sich vor zehn Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Es war jetzt so, ich habe gesagt, ich habe damals 2009 die erste Elektroflugmesse im Rahmen der Aero zusammen mit den Veranstaltern der Aero organisieren können. Wir hatten da im Jahr 2011 ein paar junge Studenten, die kamen mit einem Gummiball, so einem Gymnastikball, dann waren da zwei Balken, Sie sehen es da, rechts und links beschäftigt, mit Elektromotoren drauf und dann sind die damit senkrecht gestartet, geflogen und haben es auch geschafft, das in die Luft zu bringen, ohne dass irgendjemand was passiert ist. Daraufhin habe ich sie damals eingeladen bei uns auf die Ausstellung, die waren bei uns am Stand mit ihrem Gummiball und alle Leute haben nur gelacht. Was soll das denn? Was hat das hier auf der Fliegermesse zu suchen? Die Firma heißt mittlerweile Volocopter. Die haben das Gerät nicht nur als erstes bemanntes Multicoptergerät mit einer vorläufigen Zulassung ausgestattet, fliegen damit regelmäßig. Sie haben mittlerweile verschiedene Investoren an Bord, unter anderem Daimler-Benz, entwickeln das Gerät weiter, sind vor etwas mehr als einem Jahr zum ersten Mal autonom mit diesem Fluggerät in Dubai geflogen. Das sieht man jetzt da gerade. Das heißt, die Entwicklung ist wesentlich schneller, als man noch vor Jahren gedacht hatte und auch als die Leute sich das selber vorgestellt haben, weil ich weiß noch, wo ich mit einem der jetzigen Geschäftsführer der Firma und auch damaligen Geschäftsführer der Firma, die die dann bald gegründet haben, die Studenten, Alexander Zosel, gesprochen habe. Da war damals die Idee, ja, wir bauen dieses Gerät so wie die anderen Fluggeräte und dann kann man das kaufen und dann fliegen die Leute damit und dann machen wir vielleicht bald ein zweisitziges und ein viersitziges, quasi wie ein Auto, individuelles Fluggerät. Mittlerweile hat sich die Idee insofern geändert, dass eben man sagt, nein, wir wollen eben eine ganze Flotte von diesen Geräten bauen und deswegen sind auch Firmen wie Daimler-Benz daran interessiert und diese Flotte wird dann von einer Firma betrieben und bietet Transportdienstleistungen an, von Hochhausdach zu Hochhausdach. Das jetzige Fluggerät hat gerade mal 30, 35 Kilometer Reichweite, aber in bestimmten Bereichen, wo eben sehr viel Verkehr ist, kann das zusätzlich eingesetzt werden. Es wird eben in der Hinsicht dann autonom fliegen, das heißt, da wird kein Pilot langfristig gesehen am Anfang sicherlich schon für die Sicherheit, aber später wird kein Pilot mehr an Bord sein und das Flugzeug wird voll fliegen. Es wird nicht eine Person drin sitzen, sondern es werden drei oder vier Personen drin sitzen und es wird optimal autonom gesteuert, sodass ich dort auch dann verhindern kann, dass es zu Kollisionen kommt. Und wenn man sich vorstellt, wie komplex und wie die Probleme sind beim autonomen Fahren, dann denkt man, ja, autonomes Fahren, es klappt schon nicht so richtig, das versuchen wir seit Jahren, es gibt haufenweise Diskussionen, dann wird das autonome Fliegen erst recht nicht klappen. Ich glaube nicht. Ich glaube, sondern, dass das autonome Fliegen wahrscheinlich noch vor dem autonomen Fahren kommerziell einsetzbar sein wird, weil die Rahmenbedingungen eigentlich deutlich einfacher sind. Ich habe dort nicht die Oma, den Radfahrer, der einfach quer vor dem Autofahrer hergeht. Ich habe nicht die ganzen nicht-autonom fahrenden Fahrzeuge, die mir reinfahren, auf die das durch künstliche Intelligenz gesteuerte Flugzeug gesteuert werden muss. Aber ich habe eine Challenge zu bewältigen, dass das eben in der Luft stattgeht. Ich kann jetzt nicht, wenn mein Gerät einen Fehler hat, wie ein elektrisches Auto, jetzt einfach rechts anhalten und dann runtergehen, sondern ich muss weiterfliegen. Das heißt, es muss dort noch sehr viel entwickelt werden, aber die eigentliche Aufgabe ist eben, durch ein autonom fliegendes Flugzeug einfacher zu berechnen. Und wenn man dann diese Geräte koppelt, das heißt, in einem bestimmten Korridor sich nur solche Geräte bewegen, was in der Luft ohne weiteres möglich ist, dann, denke ich, kann man da relativ bald schon damit rechnen, dass so etwas mal stattfinden könnte. Aber gehen wir noch mal zurück zu den elektrischen Flugzeugen konventioneller Bauart. Das sind Flugzeuge, an denen zum Beispiel Siemens, Airbus und viele andere Firmen momentan arbeiten. Dort ist das Ziel, dass ich sagen kann, gut, ich mache die Flugzeuge einerseits effizienter und zweitens kann ich hingehen, die Flugzeuge leiser zu machen und ich kann hingehen, die Flugzeuge auch, weil sie leiser sind, in bestimmten Bereichen einsetzen zu können, wo ich sie sonst jetzt mit Turbinen nicht einsetzen kann. Ich kann sie auch einsetzen auf sehr kurzen Strecken, wo ich jetzt momentan, wo sich das Fliegen mit einer Turbine fast nicht rechnet, wo es aber mit einem Elektromotor sehr effizient sein kann. Ein Beispiel dafür, und das findet jetzt momentan schon statt, das Land Norwegen ist in einer idealen Position und versucht, diese Position momentan zu nutzen. Das Land hat einerseits, dadurch, dass es über Jahrzehnte sehr viel Ereignis Nordsee, Erdöl ausgebeutet hat, einen eher positiven Staatsaushalt. Das Land hat auf der anderen Seite nahezu 100 Prozent erneuerbare Energien über Wasserkraft und das Land hat ein Infrastruktursystem, wo ich nicht, wie in Deutschland oder einigen anderen zentraleuropäischen Ländern, ein komplett ausgebautes, flächendeckendes Netz von Schnellstraßen und eigentlich guten Schienen habe, über die ich fast alle Städte erreichen kann, sondern es hat eine relativ große Nord-Süd-geografische Ausdehnung und hat auf der anderen Seite aber ein nicht so dichtes Netz, weil dort einfach nicht so viele Menschen wohnen. Deswegen ist es jetzt schon so, dass es sich dort ein ganzes Netz von kleinen Flugplätzen gibt. Die werden mit bis zu 40 Sitzigen kleinen Flugzeugen bestückt und die werden vom Staat betrieben als Angebot für die Infrastruktur. Und das Ganze ist billiger, als wenn ich jetzt hingehen würde und würde dort ein Schienennetz hinbauen für die wenigen Leute, die dort nur transportiert werden müssen. Gleichzeitig hat Norwegen, weil es eben diese große Menge an erneuerbarer Energie hat, es angefangen vor circa 12, 15 Jahren umzustellen auf Elektromobilität auf der Straße. Und mittlerweile ist Norwegen das Land, das die meisten Elektroautos pro Einwohner hat. All diese Punkte hat man zusammengenommen und vor zwei Jahren hat die Firma Avinor, das ist die staatliche Firma, die dort die Flugplätze und diese innernorwegischen Flüge betreibt, die sind hingegangen und haben eine Studie gemacht, an der ich mitwirken durfte, um zu analysieren, welche Elektromöglichkeiten gibt es dort. Und im letzten Jahr hat man sich dann entschieden und hat die entsprechenden Firmen weltweit, das geht Boeing, Airbus, Embraer, also die großen Hersteller von Regionalflugzeugen, über Siemens und so weiter eingeladen, um zu sehen, wann könnt ihr uns elektrische Regionalflugzeuge liefern, mit denen wir eben unsere Strecken bewältigen können. Das Gute an diesen Strecken ist, die sind kurz, die längsten Strecken sind etwas über 200 Kilometer, die kürzesten 30, 40 Kilometer, gerade über den Fjord. Wenn ich mit dem Auto über den Fjord herumfahre, bin ich einen halben Tag unterwegs, Flugzeit 15 Minuten. Diese Strecken wären ideal sogar vollelektrisch. Auch jetzt schon könnte man Technologie bauen oder bald schon, um damit mit 10, 15-sitzigen, 20-sitzigen Flugzeugen vollelektrisch zu fliegen. Für die längeren Strecken würde man zunächst hingehen und sagen, wir fliegen hybridelektrisch, um dann vielleicht später, wenn die Batterietechnologie soweit ist, oder wenn ich zum Beispiel Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie weiterentwickelt habe, um dort dann hybrid mit Brennstoffzelle fliegen zu können. Und das erklärte Ziel ist, dass ab 2025 diese Firma Avinor mit solchen Flugzeugen fliegen soll. Und es gibt jetzt schon Hersteller, die genau an diesen Fluggeräten arbeiten. Das heißt, das elektrische Fliegen auch in unserer ganz einfachen Nutzung ist näher, als man denkt. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe, weil momentan fliegen natürlich noch nicht diese großen Flugzeuge, aber es fliegen schon jetzt zweisitzige Flugzeuge vollelektrisch, zweisitzige Flugzeuge, wir sehen es da, hybridelektrisch, das ist ein Flugzeug, was von Siemens in Zusammenarbeit mit einer ungarischen Firma vorgestellt wurde. Und es gibt weltweit noch mehrere andere Firmen, die an ähnlichen Projekten arbeiten und die zum Teil auch schon in die Luft gebracht haben. Das hat den Vorteil, dass ich da momentan, wenn ich ein konventionelles Flugzeug nehme, das elektrifiziere, noch nicht so viel gewinne. Ich gewinne halt, wenn ich die Energie über Solarenergie gewinne, kann ich mit erneuerbaren Energien fliegen. Das heißt, ich verbrauche keinen Treibstoff. Und die meisten deutschen Flugplätze sind aufgrund der Förderung mittlerweile, weil es ja gab es große Hangarflächen, sowieso schon mit Solarzellen ausgestattet auf den Hangardächen. Das heißt, dort könnten die Fliegerclubs schon jetzt ihre Schulungsflüge, die oft nicht länger als 20 Minuten, eine halbe Stunde sind, Platzrunden zum Training, schon jetzt vollelektrisch fliegen. Und man hätte den Vorteil, dass man eben auch vielleicht, weil das Ganze wesentlich leiser ist als das Fliegen mit Verbrennungsmotoren, könnte ich schon jetzt hingehen und manchmal dann auch an Wochenenden fliegen. Weil momentan ist es so, wenn jemand das Fliegen lernen will, die meisten Flugplätze sind an den Wochenenden geschlossen, weil Lärm, die Leute wollen am Wochenende ihre Ruhe haben. Wenn ich jetzt hingehe und baue wesentlich leisere Flugzeuge, dann kann ich die Zeit weiter ausdehnen und die Leute können auch am Wochenende fliegen lernen, was sie eben momentan nicht können. Und das wird schon jetzt ermöglicht durch elektrisches Fliegen. Es sind die ersten Maschinen, wie hier die Pipistrell Elektro Alpha, die sind schon in einer Serienproduktion in einigen Ländern weltweit zugelassen. Dort finden jetzt schon Schulungen statt. Und die Zulassung bei der EASA, das ist die zuständige Luftfahrtbehörde hier in Europa, die läuft gerade, wird eigentlich, ich denke bis zur Messe, zur nächsten, die findet im April, 10. April 2019, in Friedrichshafen statt, werden die das Gerät mit einer EASA-Zulassung haben. Sie sehen also, elektrisches Fliegen ist momentan wesentlich näher, als man denkt. Und das Interesse daran ist immens. Ich kann das sagen, weil ich habe das hautnah erlebt. Ich mache hier so Flugzeitschriften, Flügel, das machen wir seit fast 25 Jahren. In dem Moment, wo ich angefangen bin, selber elektrisch zu fliegen, habe ich versucht, das auch sehr stark zu pushen. Wir machen dann auch ein Nachfragewerk, das gibt es in Deutsch, Englisch und Französisch und mittlerweile seit fünf Jahren auch in Chinesisch. Haben wir alle Flugzeuge, die Elektromotoren hatten, mit dem E gekennzeichnet. Das sind mehr und mehr geworden. Über die Jahre habe ich dann das Problem gehabt, dass wir in unseren normalen Flugzeitschriften die ganzen Elektrobeiträge, die ich hatte, gar nicht unterbringen konnten. Weil die meisten Leute fliegen jetzt eben schon noch mit Verbrennungsmotoren. Die Anzeigenkunden waren die Leute aus der konventionellen Fliegerei, die Verbrennungsmotoren liefern. Und wenn ich dann immer nur noch schreibe, dass Elektro das einzig Wahre ist, hat das natürlich Probleme. Die Lösung ist dann gewesen, wir sind hingegangen vor zwei Jahren, haben wir eine Zeitschrift gemacht, die nennt sich E-Flight Journal, kann man kostenlos im Internet runterladen. Und dort haben wir eben dann zusammengefasst, die Flugbreiträge über elektrisches Fliegen. Am Anfang haben wir gedacht, lohnt sich das? Kann man das machen? Gibt es da überhaupt genügend Material? Ja, mittlerweile ist es so, also wir könnten das fast monatlich rausbringen. Wir bringen es jetzt vierteljährlich raus und an verschiedenen Veranstaltungen, wie diese Aero in Friedrichshafen oder auch die größte Luftfahrtmesse der Welt, das ist EAA Oschkosch, das findet immer im Juli statt in Amerika. Dort drucken wir die Exemplare dann auch, um das Wissen an möglichst viele Leute zu kriegen. Wir haben gleichzeitig sehr viele Leute, die sich das runterladen, mittlerweile auch aus der Politik, weil es sehr wenig aufbereitete Informationen über den Bereich gibt. Es gibt zwar Bereiche, in denen, wenn ich auf verschiedene Webseiten gehe, in denen jeder über sein eigenes Projekt schreibt, aber dass das eben journalistisch aufbereitet für die Leute, lesefertig auch für den Normalverstehenden, der nicht Elektroingenieur ist, irgendwo zu finden ist. Da haben wir festgestellt, da ist ein sehr großer Bedarf da, der mittlerweile eben auch gut genutzt wird. Sie haben gesehen, es tut sich viel in der Luftfahrt. Und ich mache Luftfahrtjournalismus seit 1980, seitdem ich aus der Schule raus bin. Ich muss sagen, es hat sich noch nie so viel getan. Das eine ist das, ich habe eben schon ein paar Namen erwähnt, welche Firmen momentan sagen, ja, Luftfahrt, Urban Air Mobility, Fliegen mit Elektro, das ist etwas, das ist ein Thema der Zukunft. Und wenn ich da sehe, es ist eben nicht nur Daimler, Siemens, Airbus, Boeing, die da eingestiegen sind, sondern gleichzeitig auch noch Toyota, Audi, Volkswagen, Google, Amazon. Es gibt eigentlich kaum eine Firma, Intel, es gibt eigentlich kaum eine Firma, die ein größeres Portofolio hat, in einem Bereich Marktführer ist und irgendetwas mit Transport zu tun hat oder mit Elektronik zu tun hat oder mit Technik zu tun hat, die momentan nicht in den Bereich schaut und sagt, entweder Sie haben schon investiert oder Sie haben schon Portofolios aufgelegt, um dort zu investieren. Wenn man jetzt überlegt, ja, wird das nicht dazu führen, dass jetzt der Himmel schwarz wird und dann tausende von Elektro-Taxis neben den Straßen auch noch den Himmel verstopfen? Ich glaube eigentlich nicht, sondern ich glaube eher, es ist auch eine gewisse Hoffnung dabei, dass ich glaube, dass diese Technologie helfen kann, nicht nur die Luftfahrt zu revolutionieren, sondern auch Anstöße geben kann, die gesamten Transportprobleme oder Transportfragen, die wir haben und die wir auch in Zukunft haben werden, zu lösen. Weil es ist, eine Sache ist klar, die Menschen wollen mobil sein. Die Menschen wollen nicht, weil am wenigsten Energie würde ich verbrauchen, wenn ich zu Hause sitze. Das ist richtig. Aber die Menschen wollen mobil sein und sie müssen auch mobil sein. Die Politik fordert von Arbeitgebern, dass sie mobil sind, dass sie sich die Arbeitsplätze auch an anderen Stellen suchen. Von daher brauche ich eine Mobilität und die Entwicklungen, die jetzt die Computertechnologie gleichzeitig mit den elektrischen Antrieben, kann dazu führen, dass in einem ersten Schritt die Flugzeuge deutlich sicherer werden, weil ich eben Assistenzsysteme einbaue, dass der Pilot nicht mehr so viele Fehler machen kann, die einfach die Fehler vermeidet. Der nächste Schritt wird dann sein, dadurch, dass ich deutlich effizientere Flugzeuge baue, die auch neue Möglichkeiten wie zum Beispiel Senkrechtstaaten haben, dass ich die Flugzeuge einsetzen kann für Transportzwecke. Weil heutzutage werden diese wenigen General Aviation, allgemeine Luftfahrtflugzeuge, nur ganz selten tatsächlich für Transportzwecke eingesetzt und nur für ganz wenige Leute. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich kann das in die Breite streuen und dadurch auch eine sogenannte Economy of Scale, eine größere Wirtschaft produzieren, die in höheren Stückzahlen diese Geräte baut, sodass sie dann tatsächlich eingesetzt werden können, um mehr Menschen zu transportieren, dann hat das zwei weitere Vorteile. Der erste wäre, diese Geräte müssen effizient sein. Ich kann dort nicht hingehen und ein zweieinhalb Tonnen SUV bauen und dann einfach noch mehr Elektromotoren, noch mehr Batterien und so weiter einbauen. Diese Fluggeräte müssen so effizient wie möglich sein und sie werden so effizient wie möglich und trotzdem sicher sein. Und vielleicht kann das ja dann auch die Automobilindustrie, die ja stark daran beteiligt ist, wieder insofern befruchten, dass man dann sagt, okay, dann bauen wir jetzt unsere Autos vielleicht auch entsprechend. Das Zweite ist, diese Fluggeräte werden nicht so sein, dass jeder einzelne eins besitzen will, sondern diese Fluggeräte werden so sein, dass sie Transportdienstleistungen anbieten und das nur in einem globalen oder zumindest lokalen System, wo sie untereinander agierend, autonom fliegend, aber gleichzeitig gesteuert sind, sodass ich relativ viele auf engem Raum betreiben kann. Das führt dann dazu, dass ich eben in manchen Bereichen tatsächlich vielleicht Bodentransport entlasten kann, in anderen Bereichen zusätzliche Dienstleistungen anbieten kann. Wie erwähnt vorher, der Transport von Blut von Kranken in bestimmten Bereichen, den ich momentan vielleicht nicht so effizient machen kann. Und das wiederum könnte dann dazu führen, dass die gesamte Mobilität weltweit durch alle Bereiche Land, Wasser, Luft effizienter wird. Und wenn sie eben effizienter wird, das heißt die Energie besser einsetzt, dann kann ich wiederum hingehen und sagen, wenn das in der Luft funktioniert, dann muss das am Boden doch auch funktionieren. Und da denke ich, kann dann dieser Ursprungszündfunke der elektrischen Fliegerei, der das Ganze ein wenig ausgelöst hat, tatsächlich auch befruchtend wirken für andere Bereiche der Mobilität, um dann die Anforderungen der Mobilität der Zukunft, und das ist eine globale Frage, die ist eben nicht nur in Deutschland, die ist nicht nur in China, die ist nicht nur in den USA, sondern weltweit so zu lösen, dass die Menschheit davon insofern einen Vorteil hat, dass wir weniger Energie verbrauchen, weniger Staus haben und gleichzeitig eine bessere Transportleistung. Vielen Dank.